Hey, heute zeige ich dir einen super schnellen Erbsennudelauflauf, mit dem du ordentlich sparen kannst. Nudeln und Tiefkühlerbsen sind immer schön günstig. Das Rezept findest du wie immer unten in der Infobox. Einfach gespart, clever gekocht. Gib die Nudeln in das kochende Salzwasser. Für die letzten drei Minuten gibst du dann noch die Erbsen dazu. Jetzt noch abgießen und abtropfen. Die Zwiebel schälst du und schneidest sie in dünne Streifen. Danach schlägst du die Eier in einer Schüssel auf und verquillst sie. Gib die Sahne hinzu und rühr sie unter. Anschließend würzt du noch mit etwas Muskat und Paprika und schmeckst alles mit Salz und Pfeffer ab. Dann gibst du auch schon alles zusammen in eine Auflaufform und vermengst es. Als letztes schreust du den geriebenen Käse darüber. Jetzt kommt dein Auflauf noch für ca. 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Mh, das riecht richtig gut und war so einfach zubereitet. Lass den Auflauf noch ein paar Minuten abkühlen, bevor du ihn servierst, damit er nicht auseinander fällt. Was ist dein Lieblingsauflauf? Schreib es doch mal unten in die Kommentare. Oh Mann, der ist so lecker. Probi ihn unbedingt zu Hause aus und vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben da zu lassen. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.